Moin und ein herzliches Willkommen hier bei For Honor. Wir hören uns wie immer erst die Geschichte an. Gut, und dann starten wir auch. So. Machen wir den Angriffen mal weg. Gucken wir mal her. Wow. Das ist besser. Das mit dem weniger Schaden ist gut und dass die unsere Angriffe nicht blocken können. Das ist sehr gut. Ähm, Kapitel 3.2. Die Herde aus Dünn. Ich war die letzte Daimyo, die in Myra freigelassen wurde. Fröhliche Jagd. Danke. Fröhliche Jagd? Apollion dachte, wir würden uns bekämpfen, um die Macht des Kaisers an uns zu reißen. Sie hatte recht. Jeder Daimyo, der ihre Prüfung bestand, war ein Kriegsverbrecher. Wir würden unser Volk zerreißen. Wir gehen zuerst zu dem. Oder ich würde dem ein Ende setzen, bevor es überhaupt beginnen konnte. Jetzt müssen wir mal ein bisschen... Na gut. Töten wir die auch noch? Wir können auch so, ne? So. Warte, wir gucken uns mal die Befehlsliste an. Okay, wir machen RB, RT, RT. Oh meia, Dickerchen. Oh meia. Oh meia. Oh meia. Oh meia. Oh, der ist tot. Die Wache behalten wir. Wahrscheinlich kommt da auch ein Boss und deswegen gehen wir da hin. Na, scheiße. Yo, die hat ja jetzt schon Dings. So. Und jetzt haben wir unsere Wache. So. Ach, geht doch. Geschafft. So, Checkpoint. Moment, das ist schon mal gut. Das ist schon mal supi zu hören, dass wir hier einen Checkpoint haben. Und da ist wieder Loot. So. Gucken wir mal auf der anderen Seite, ob da Loot ist. Hm, der Loot Gegner. Aber die killen wir ja auch noch mit. So, dann haben wir den. Jetzt gehen wir zum nächsten. Guck mal, da ist ein Tor. Oh. Was die Samurai sich nicht eingestehen konnten, war, dass sie sich bereits im Krieg gegeneinander befanden. Ich führte es ihnen nur vor Augen. Huch. So, der ist auch tot. So, jetzt gehen wir zum nächsten. Gehen wir da oder da ist er zuerst? Ja, der ist aber irgendwie, kommt der mir näher vor. Deswegen gehen wir zuerst zu dem. Ich bin der Feind. Wo steckt ihr denn? So. Gehen wir zuerst hier hin. Irgendwie ist hier aber keiner. Wir werden angegriffen! So, gehen wir schnell hoch. Dann behalten wir den mal. Kizan war gierig. Er würde dem Volk mehr abnehmen, als es geben konnte. Wo ist denn der? Scheiße, der kann man doch nicht machen. Hört auf! Er gebt euch! Dient mir! Ja, wahrscheinlich, denke ich. Da kommt der Fall! Der ist auch tot. Das ist auch Geschichte. So, der ist auch tot. Mein Gott, ey, Leute. Der Feind greift uns ab! Ich bin halt besser als ihr, Leute. Ihr könnt nichts tun. Aber ich wollte mich mal hier umschauen, weil oben war ich noch nicht ganz. Wo versteckt ihr euch? Ja! Wie der eine die ganze Zeit gesagt hat, bl 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 bl. Boah, das hat mich so aufgeregt. Ich glaube, der gar nicht wie mich das aufgeregt hat. Gibt's da oben Loot? Wir suchen ja immer den Loot, ne? Wo wir den eigentlich nie finden. Aber wir finden doch mal das. Alles gut. Aber wir hatten einen sehr guten Vorteil, weil der in das Feuer da reingerannt ist. Das ist nämlich blöd. Ah, da ist Loot. Ah, ne, der ist der alte. Ist ja fast schon mal gestorben hier. Naja, das ist der Loot, den ich das letzte Mal gefunden habe, wo die Folge abgebrochen ist. Aber mehr Loot gibt's hier auch nicht. So, Loot. Dahin müssen wir. Also gehen wir mal hier rumgucken, ob's hier Loot gibt. Ah, da sind Gegner. Das bringt überhaupt nichts. So, tot. Und tot. Hier ist nochmal Loot. So, 3 von 5 haben wir's schonmal. Hier ist, glaub ich, gar nichts. Da ist noch was. Da können wir ja eben hinlaufen. Und zum gucken, ob hier irgendwo Loot noch ist. Mein Gott, die Karte ist aber auch groß, ne? Gibt's noch hier? Wo steckt ihr denn? Hier ist noch hier. Hier ist noch jemand hier. Gibt's du denn? Hm. Stechen die einfach ab. Kein Loot hier. Ja, ja, du da bist du. Da müssen wir wieder hin. Mehr gibt's ja unglaublich gar nicht. Ah, der ist nur Loot. Chill, chill, ich will nur den Loot haben eben. Da fehlt uns noch eins. Ich werde euch finden. Okay, wir sollen warten. So, tot. Ich sag im Moment nur tot und da müssen wir hin und tot. Gibt's da die letzte Loot-Kiste? Hoffentlich. Loot? Da ist die letzte Loot-Kiste. Ich hab die letzte Loot-Kiste gewonnen. Loot! Oh Gott. Okay, ich sollte warten. Wo hat der Pollyon euch abgesetzt? Oh, tot. Oh, tot. Besser, wenn mir jemand folgt, als Verräter im Team. Na ja, weißt du was, wer unbesiegbar ist? Ich. Weil ich dir einen scheiß Feil... Ich ver... Falkling. Besser Feige als tot. Bist du gleich tot? Ihr seid zu ehrgeizig. Haltet ein! So. Ah. Ach, gut. Uh, das war knapp. Ich hatte es geschafft. Geschafft. Unser Kaiser ist tot! Die schwarzen Fels-Legion steckt dahinter. Apollion will doch nur, dass wir uns gegenseitig zerfleischen! Nicht mit mir! Wir werden in ein neues Zeitalter gedrängt. Als Sie verraten. Um. Wir gehen da. Apollion würde bereuen, mich verschont zu haben. Gut. So, Level ab. Wenn wir noch die Regenaktion bekommen. Und das war's. So, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.